In diesem Jahr hat die Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft 27 Kindern wieder die Teilnahme an verschiedenen Sommerprogrammen ermöglicht. Darunter im Feriendorf Müs, wo neun Mädchen und Jungen zwischen 8 und 13 Jahren spannende Erlebnisse geboten wurden. Natürlich alles unter Einhaltung der geltenden Corona-Regelungen. Wir haben Jump House mitgenommen oder Easy Jump, was natürlich das Highlight der Woche war. Dann haben wir dank der Sozialarbeit Anke, haben wir die Susanne als Köchin bekommen für den heutigen Tag, um das Abschlussfest zu gestalten. Das heißt, wir machen oder die Kinder machen mit Susanne zusammen die Pizzabällchen und auch Avocado-Wraps und Apfel-Gurkensalat und dann haben wir noch den Apfel-Pudding und das wird dann so der Abschluss. Nachher mit dem Lagerfeuer natürlich dazu, das traditionelle Lagerfeuer. Das bildet dann so den Abschluss des Ferienlagers. Unter der fachkundigen Anleitung wurde dort außerdem am letzten Abend ordentlich geschnibbelt und gerührt. Alles mit einer ordentlichen Portion Spaß. Auch ein Schaumkuss-Wettessen stand noch auf dem Programm. Für Mitte August ist außerdem das traditionelle große Abschlussfest mit allen Feriengruppen geplant. Die Kinder freuen sich jetzt schon auf das Wiedersehen. Siebze. Siebze.